Wir haben neue iPads teilweise gesehen, dass sie verfügbar sind. Also haben tut es eigentlich nur Alex. Immerhin. Und nee, aber ich habe mitgemacht bei dem Spaß. Warte mal, ich habe mir auch ein iPad Pro besorgt. Sehr gut. Ein altes. Komm mal auf, Mann. You had one job. Oh no, ist das falsche. Nee, ich habe mir ein iPad 12.9 erste Generation mal ausgeliehen, um es unter anderem hier in diesem Tastaturcase von Logitech auszuprobieren, um zu sehen, wie denn so der Tastatursupport in iOS in der alten Version in der neuen Version ist. Also in der iOS 10 und in der 11er Beta und sowas. Und bevor wir zum neuen iPad kommen, wollte ich noch Basti mal bitten, das Ding zu halten. Es ist unfassbar riesig. Was für ein Case ist das? Logitech Tastaturcase. Also ich sage mal so, sieht ziemlich fies aus, muss man sagen. Mein Notebook ist leicht. Ich habe es vorher abgewogen, die sind gleich. Die sind genau gleich. Also es fühlt sich leichter an. Das heißt, es hat das Gewicht vom Basti vom 2015er MacBook Pro. 13er MacBook Pro. Ja. Okay. Aber das ist schon heftig. Also ich meine, das war ja schon, also ich meine, das ist ja kein schweres Gerät, aber für ein iPad wird es halt plötzlich dann doch schwer. Das ist halt ein Desktop-iPad. Ich habe auch nachgeschaut, was wiegt das denn in der Kombination mit einem neuen, das ist neues iPad Pro, 12,9 und das Smart Keyboard von Apple und das iPad Case. Das ist 200 Gramm leichter oder so. Aber die Tastatur von dem Logitech hier ist halt sehr gut. Die ist sehr ähnlich wie die alte MacBook-Tastatur. Das ist schon recht krass. Was ich mich frage, warum sich der Hintergrund von dem iPad bewegt die ganze Zeit so ein bisschen. Das weiß man alles nicht genau. Das ist die Beta, da muss man nicht so genau. Und das Reinsnappen von dem iPad ist ziemlich gruselig. Da kriegt man Sorgen, dass man da nicht irgendwie die Ecke vom Tust nicht Also das kann man auch nicht mal eben rausnehmen und wieder reinbauen. Nur mit Angst, dass du die Kanten sehr ruhig machst. Große Angst, okay. Also das ist nicht so richtig dolle. Und Tastatur-Support ist halt noch nicht da. Also oft, 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 oft hast du ein Full-Belt-Full-Full-Screen-Fenster sozusagen oder ein Browser oder irgendwas mit einem Text-Eingabe-Feld. Der einzige Sinn von diesem Text-Eingabe-Feld ist, Text einzugeben und du kriegst die Cursor nicht. Und wenn du mit wenn du mit einem normalen nur mit Touch dran wärst, dann würde er dir auch die Tastatur hochschieben. Aber nicht, wenn das Keyboard da erst den Cursor reinsetzen. Also so Kleinigkeiten sind sehr unrund. Aber gut. Und was passiert, wenn du tippst dann? Nichts. Also es ist nur das, okay, weil also unter der der offiziellen, stabilen Version im Moment, kann es auch ab und dann vorkommen, dass du den Cursor setzt, er zeigt ihn nicht an, aber du kannst tippen. Das sind so gängige Sachen. Das leider auch nicht. Also ich wollte nur sagen, dieses Tastatur-Case von Logitech hat eine sehr schöne Tastatur drin, ist aber dadurch, dass es auch so dick ist und die Rückseite auch covert, halt auch super schwer. Ja. Und dann nimm halt ein MacBook. Ja genau, da würde ich es mir wirklich dreimal überlegen. Also du hast, wenn du wenn du jetzt sagen würdest, es ist voll easy, das da raus zu benehmen, dann würde ich sagen, naja gut, das ist nochmal was anderes, aber wenn es jetzt auch eine Fummelei ist, das da, ich lasse es sein, das da raus zu bekommen, hm, 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 hm. Wir sind ja auch preislich relativ ähnlich dann, oder? Beim 12.9er, je nach Speicherkonfiguration plus die Tastatur, gut, ich meine Pencil, kannst du natürlich diskutieren, brauchst du den dazu, kannst du dir den sparen, je nachdem, ob man ihn halt benutzen will oder nicht, aber also die Tastatur plus das 12.9er iPad, das wird ja auch jenseits der der Tausender-Grenze liegen. Ja, also die die 9 auf jeden Fall, ja. Die Logitech-Tastatur-Case kostet halt 150 und die gleiche Kombination bei Apple kostet so 250 mit Rückseiten-Case und Tastatur. Achso, ja gut, aber Rückseiten-Case ist ja nun wirklich Käse, oder? Ja. Das ist nicht Case, sondern Käse. Nee, das Case ist ja Käse, aber du willst ja, wenn du es vergleichen willst, du hast hier auch ein voll eingepacktes iPad mit dem Ding. Achso, meinst du. Und das Logitech-Ding ist sehr nett, also das könnte auch quasi, wäre schöner, wenn das von Apple wäre, ja. Also weil gerade auch diese... Also wenn es jetzt schön von Apple kommen würde. Wenn da einfach nur Apple statt Logitech draufstehen würde. Steht der Logitech drauf? Logi steht drauf. Okay, das ist nicht gut. Hier unten ist Logi drauf. Steht das denn auch außen drauf? Nicht Logi. Mach das mal kurz zu, schauen wir mal. Nein, außen. Das ist schon mal recht schlau gewesen. Das ist wirklich nett. Das hat so ein strukturiertes Plastikgewebe. So ein Nylon oder sowas. Aber das gibt es schon länger, oder? Das ist doch... Ja, okay, dann ist das auch das, was ich für das iPad Air zum Beispiel hatte und so. Das klemmt man da irgendwie rein und dann... Ja, okay. Ja, die haben mir... Das ist dieses hier. Die haben mir damals die falsche Größe geschickt. Deswegen hatte ich das noch und habe das noch nie mit einem großen iPad ausprobiert. Und naja. Ja, ich fand das damals auch gut. Wenn du dieses iPad Pro hast und das für dich funktioniert, dann ist das, glaube ich, schon okay. Also wenn du das iPad Pro sonst auch benutzt. Also wenn du zum Beispiel zeichnen kannst. Ich meine, was wäre festgestellt, was hier einfach niemand kann. Es ist auch so für... Es ist schon nett, aber das war es halt irgendwie dann auch. Und dazu kommt halt so ein bisschen die Geschichte, dass der Wechsel zwischen den Systemen dann super seltsam wird, weil ich kann mir das keine fünf Sekunden merken, auf welchem Gerät bin ich gerade. MacBook oder iPad und ich versuche immer auf dem MacBook dann zu touchen, um ein Fenster zu verschieben, obwohl ich wissen müsste, dass ein Fenster nicht mit dem Finger verschieben kann. Eigentlich. Jetzt müssten wir uns einmal nicht fragen, warum. Und zum anderen versuche ich die ganze Zeit auf diesen Logitech Keyboard Case dann nach dem Trackpad zu fassen. Also ich habe ständig meinen Daumen da unten, wo er hingehört, um den Mauszeiger zu verschieben. Aber auch da, ich weiß ja eigentlich, dass da keiner ist. Aber es wäre so praktisch so oft, um einfach nur den Cursor dort, weil es ist krumm. Aber gut.